Er kehrt von einer geheimen Mission zurück. Texas Rangers, aussteigen! Nur um herauszufinden, dass zu Hause noch größere Herausforderungen auf ihn warten. Ich hätte mir gewünscht, Onkel Liam hätte das Sorgerecht bekommen, als er es versucht hat. Ich muss mich dir richtig anrufen machen. Die Dinge laufen jetzt anders. Das sind meine Kinder! Sie haben drei Monate lang nichts von dir gehört! Die Kinder! Die Kinder!